Das Profil des Orchester der 13. Tons und ich denke auch das der progressiven Metal-Bands bestimmt sich durch den Versuch, neue Erfahrungsräume zu öffnen, für sich selber, aber auch für das Publikum. In einem Musikbetrieb, dem die junge Generation ja zumindest im klassischen Bereich abhanden kommt. Also wir verbinden hier nicht nur unterschiedliche Genre der Musik, sondern auch unterschiedliche Publikumssegmente und das ist ein sehr aufregender Prozess. Darüber hinaus ist es so, dass sich viele Metal-Bands auf die Klassik berufen als großen Einfluss. Da gibt es einerseits Bands wie Manowar oder Within Temptation, die mit sehr deutlichen klassischen Elementen arbeiten, teilweise mit klassischem Gesang. Aber es gibt gerade auch in der extremen Ecke bei Bands wie Mekong Delta, wie Golem, selbst wie Meshuggah Momente, die wirklich sehr direkt der Klassik entnommen sind. Und so gibt es auch Bands, die gesamte klassische Werke nachspielen, Ton für Ton und in ihren eigenen Kompositionen versuchen, was Ähnliches zu erreichen. Eine ähnliche Wucht und eine ähnliche majestöse Ausstrahlung wie in der großen Klassik. Und das Entscheidende dabei ist für uns, dass wir die gesellschaftlich gesetzte, diese normative Wertsetzung von oben und unten, da ist die hohe klassische Musik, da ist Wagner und da unten sind irgendwo die popularen Musiker. Diese Wertsetzung lassen wir außer Acht und für uns ist es außerordentlich wichtig, hier in dieser Begegnung ganz neue Wege, neue Erfahrungen, neue Bereiche zu erschließen. In dem Sinne, wie Pfadfinder oder Entdecker immer wieder neues Terrain gewinnt. Und insofern ist es für uns klassische Musiker von allergrößter Wichtigkeit, permanent neue musikalische Erfahrungen machen zu dürfen. Wir haben das Projekt so aufgebaut, dass die Metalband beginnt mit klassischem Repertoire. Und ich wollte nicht genau das machen, was jeder erwarten würde, wenn er das Konzept hört, nämlich die Metalband kommt auf die Bühne und bolzt alles nieder. Sondern wir haben uns entschieden einzusteigen mit dem Vorspiel zum dritten Akt aus Wagners Oper Die Meistersinger von Nürnberg. Ein sehr ruhiges, verklärtes Stück. Und unsere Herausforderung war, zu versuchen, diesen metal-untypischen Charakter trotzdem reproduzieren zu können mit unseren Instrumenten. Das nächste Stück ist der Walkürenritt. Ein Stück, was natürlich jeder kennt und was ich mir als Publikum erwarten würde, zu hören bei so einem Projekt. Nur auch hier haben wir das Ganze anders angepackt, als vielleicht vor der Hand liegen würde. Nämlich haben wir uns entschieden, dass wir die Blechbläser vom Orchester hernehmen, um das Thema zu spielen. Und die Band macht das Orchester, den ganzen Rest. Es war eine große Herausforderung, das zu arrangieren, weil jeder in der Band mindestens zwei verschiedene Stimmen spielen muss. Aber wir waren sehr glücklich mit dem Endprodukt, weil es, glaube ich, nicht die Plattheit hat, die Metalinterpretationen von klassischen Stücken oft haben. Dann haben wir Altair Passage gespielt. Das war das Auftragswerk. Hintergrund dieses Stückes ist, dass ich versucht habe, mir eine Musik vorzustellen, die diese seltsame Instrumentierung voraussetzt. Nämlich ein Orchester und eine Metalband. Inspiration zu dem Stück war das Glitzern des Mondlichts auf dem nächtlichen Meer in Kroatien. Und ich habe versucht, die komplexen Lichtspiele und diese, man kann beinahe sagen, die Brücke, die entsteht zum Mond und zum Sternenhimmel auf dem Wasser, in Musik umzusetzen. Das heißt, es ist ein sehr vielschichtiges, sehr komplexes Werk geworden, wo ich versucht habe, die Stärken beider Stile, nämlich die Kraft und die Energie des Metal und die polyphonen, melodischen und klanglichen Möglichkeiten des Orchesters miteinander zu verbinden. Wir haben auch uns ein Stück ausgesucht, das ein Stück der Band ist, aber was vom Orchester interpretiert wird. Wir haben uns für den ersten Teil von Into the Light entschieden. Ein Stück, das schon in der Band-Version sehr vielschichtig ist und verschiedene Einflüsse hat. Dem Stück liegt eine Flamenco-Form zugrunde, Soler Porbularia, mit einem gewissen Rhythmus, der immer anwesend ist. Die E-Gitarren spielen teilweise auf eine Art, die eigentlich mehr von der Flamenco-Gitarre kommt. Und es ist wieder eine polyphone Situation, wo jeder eine eigene melodische Welt hat. Das heißt, dieses Stück hat sich eigentlich sehr angeboten, es für Orchester zu schreiben. Und ich habe keinen Ton verändert. Es sind genau dieselben Töne wie in der Band-Version. Aber es klingt natürlich völlig anders, weil man die ganze Klangpalette der Orchester-Instrumente gebrauchen konnte. Es war sehr interessant zu sehen, dass sowohl das Orchester als auch das Publikum das Stück in der Orchester-Version sofort aufgesogen hat. Ich glaube, da hat keiner gedacht, oh, das ist ja Metal. Und es hat mich sehr gefreut, das zu sehen, weil für mich als Komponist ist es so, ich stand schon immer zwischen den Stühlen. Ich habe schon immer mehr als nur Metal oder mehr als nur Klassik oder nur Flamenco gemacht. Weil für mich dahinter eine gemeinsame Emotion in der Essenz steht. Das heißt, ich mache keinen Unterschied, ob ich jetzt für eine Band schreibe oder für ein Orchester oder für eine Big Band oder sonst was. Und ich werde oft konfrontiert mit einer Genreteilung, die für mich als Komponist eigentlich künstlich ist. Das heißt, es war schön, in diesem Projekt zu beweisen, dass dem nicht so sein muss. Und die Musiker im klassischen Bereich und im Metal-Bereich waren von allerhöchstem Respekt am Anfang vielleicht mit einer gewissen Angst oder mit einer Unsicherheit behaftet. Aber das Ende war, und das bezeichnet einen wunderschönen Satz, den der Soloschillist gesagt hat, der hat in Bewunderung über die Metal-Musiker gesagt, wir können so nette und so gute Jungs so böse Musik machen. Und wenn Sie dann wieder wagnerische Musik sehen, wagnerische Musik ist grandios, böse, melancholisch, traurig, wütend und lustig, wenn Sie an die meisten Singer denken. Insofern bin ich stolz auf dieses Projekt und danke gerade auch der Metal-Gruppe für die fantastisch akrobatisch-virtuose Zusammenarbeit und die künstlerische Tiefe dieses gemeinsamen Wirkens.